Henkel. Globales Unternehmen. Mehr als 145 Jahre Erfolg. Und ich bin jetzt zwei Jahre dabei. Aber was macht Henkel eigentlich so erfolgreich? Sind es die Produkte? Oder die Marken? Oder vielleicht die Mitarbeiter? Henkel. Auf geht's. Testen. Sag mal, was machst du eigentlich den ganzen Tag hier? Ich helfe der Produktentwicklung dabei, die mechanischen Eigenschaften der Klebstoffe abzutesten. Aber du machst das nicht alleine, oder? Nein, nein. Ich habe drei Roboter, die mir dabei helfen. Und natürlich haben wir auch ein Team hier im Labor, das mithilft. Okay, das heißt, in einem ersten Schritt wird getestet und danach wird produziert. Genau. Okay, gut. Dann schaue ich mir, glaube ich, das Team auch mal an. Aber für dich erstmal Dankeschön. Dankeschön. Und mach's gut. Bis dann. Ciao. Mal gucken, was um die Produktion geht. Also, das ist ja Wahnsinn. Was haust denn deine Maschine hier so durch? Also, ich fahre pro Schicht ca. 1,5 Millionen. Am ganzen Tag fahren wir um die 6 Millionen Tabletten hier übers Band. 6 Millionen Tabletten pro Tag. Genau. Mit dem Team ist das möglich. Mensch, Andreas. Mega, was du mit deinem Team abreißt. Ohne Spaß. Weißt du, was das verdient hat? Genau das hier. Aber hier müssen wir ein bisschen leise sein, weil die alle nur Kaffee trinken. Weißt du was? Ich schaue mir das mal an, ob die hier wirklich nur Kaffee trinken. Wow, das ist ja wirklich ein Zaubertrank. Kann ich kurz stören? Ich frage mich die ganze Zeit schon, ob das das gar... Sorry, sorry. Can you repeat that in English, please? So, my question is, is that the secret of your success? I mean, we like to drink coffee, that's for sure. But if it's about success, I would say it's the team. Absolutely. Just one word. The team. Just that simple. So, thank you very much. These are for you, some shirts. Thank you. Bye-bye. Bye. Now, back to business. Sure. Boah, mein Kindheitstraum. Die Feuerwehr. Hey. Schick, schick. Lass mich raten, brandneu. Nee, mit Per-Wol gewaschen. Aber ihr macht das hier nicht alleine, oder? Also alle Leute, die auf dem Fahrzeug sitzen, sind quasi in einem Team und jeder muss sich auf den anderen blind verlassen können. Das klingt wirklich nach einem starken Team. Aber jetzt mal eine persönliche Frage. Meinst du, wir können mal eine Runde drehen? Ja, vielen Dank für dieses tolle Erlebnis. Ich habe euch als Dankeschön was mitgebracht. Ich hoffe, die Farben Rot und Weiß sind okay auf T-Shirts. Dankeschön. So, jetzt habe ich aber Hunger. Mal schauen, was es hier zu essen gibt. Hi. Hi. Ich sage mal, ihr habt ja eine riesige Auswahl. Machst du das hier alles ganz alleine? Nein, alleine schaffe ich das nicht. Möchtest du mal hinter die Kulissen gucken? So, das waren echt spannende Eindrücke. Vielen Dank. Schön. Aber jetzt würde ich doch gerne meine Nudeln essen. Ja, lass es dir schmecken. Dankeschön. Fix auf dem T-Shirt als Dankeschön. Danke dir. Danke Lana. Cool, danke. Was für Danke. Jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Ich war im Labor. Testen, testen, testen. Ich war in der Produktion. Millionen von Taps pro Tag. Ich war bei der Feuerwehr. Die Jungs und Mädels, die geben wie hier, wie alle wirklich alles. Und im Büro schmeckt nicht nur der Kaffee. Und im Casino Süd, da ist es wirklich immer lecker. Aber eins ist mir klar geworden. Das alles würde es nicht geben, wenn das Wichtigste fehlen würde. Und das sind wir. Hey, Lana! Hey, Lana!